hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video und schön dass ihr einschaltet heute gibt es das unboxing der look fantastic box und dieses mal kommt ihr auch in einen speziellen design also bleibt dran so dann fangen wir mal an würde ich sagen diesmal kommt die look fantastic box in einer kleinen tasche zu uns dieses mal ist auch ganz nur hier gibt es kein heft dabei das heißt man kann diese preise alle online einsehen ich werde euch den link dazu in die infobox packen die infobox habe ich jetzt gelernt ist ja da unten das ist die infokarte egal dem jetzt habe ich schon beim letzten video gerissen auf jeden fall sage ich euch das das ist sie in so einer kleinen ja türkis farbenen tasche und hier unten steht und ja finde ich total schön dass sie sein vor all diese tasche kann man ja finde ich für den sommer ideal gebrauchen und wenn man die einfach nur nutzt um irgendwelche sachen dort aufzubewahren und einige von diesem produkt kann man jetzt schon sehen also eine große überraschung wird sich werden aber ich denke die meisten von euch werden wahrscheinlich auch bei den anderen schon mal geluscht haben und da dementsprechend die produkte auch gesehen haben so als allererstes haben wir eine haarbürste von glow erinnert so ein bisschen an den tangle teaser das ist also auch so eine entwirr bürste und funktioniert gut ich weiß nicht warum das der monat der bürsten ist je nachdem ich weiß ja nicht welches video ich zuerst hochlade wenn ich das von der goodie box hochgeladen habe erst dann ziehen wir haben bis oder ihr seht bald noch eine haarbürste also entweder habt ihr die schon gesehen und ihr seht nur eine und das ist aber schön geht schön durch man schön glanz auf den haaren funktioniert super ja ich finde so eine kann man immer gebrauchen was ich jetzt persönlich mehr mag wenn man so eine richtige bürste in der hand hat also mit zum stil noch dabei aber ansonsten finde ich kann man die gut auch im schwimmbad oder so mitnehmen also das ist schon mal ganz gut sodann haben wir passend natürlich zum sommer eine lippenpflege mit lichtschutzfaktor 30 lip protection and care von ultrasan von denen habe ich noch nie was gehabt muss ich ehrlich sagen so sieht das schützelein aus ja bis ein klassischer lippenpflegestift mit arganöl und scheerbutter und ja man muss auch gerade im sommer natürlich denkt man nicht so unbedingt daran muss ich sagen habe ich bis jetzt eigentlich auch nie gemacht also ich verwende hier immer zum beispiel habe ich auch stehen denen von eos dem balm aber so es ist natürlich noch am besten 30 ist natürlich auch ein super guter lichtschutzfaktor als nächstes haben wir dieses produkt und das ist vom melden braun london koste cypress in sie wenn fennel was in schauer geht das kann ich aussprechen und schauer gehen das made in england das ist also ein produkt aus england ich finde das ihnen mächtig hochwertig aus muss daran mal schnuppern also das ist hier kein glas ist es so plastik aber finde ich wird trotzdem super super hochwertig das schraubt man dann hier so auf und woher ist ein typischer männer duft das was nämlich kommen als frau gut nehmen ich kann mir vorstellen das ist richtig schön erfrischend ist beim duschen also das finde ich ganz toll ich glaube das hat ich glaube das hat sich schatzi verdient ich glaube dem werde ich das schenken also vielleicht probiere ich das auch mal selber aus also das finde ich wirklich ein tolles produkt und ich habe mir sagen lassen die sind nicht ganz so günstig also das finde ich schon mal ein super produkt und vor allem es ist eine schöne größe das ist hier da sind 100 milliliter kann man das durchaus sehr gut oft testen so als nächstes haben wir von ok josh wood color everything mask the color looking multitasking deep conditioning treatment for every hair color also das ist eine ja ein haarmask und ein deep conditioning also ein ja ist das schon eine maske eine maske also ist auf jeden fall deep conditioning treatment ich würde schon eher sagen das ist eine haarkur würde ich dazu zeichnen die ist für alle kollation ich glaube auch dass es in zwei varianten meine ich die auch gibt einmal die für alle farben und dann eine spezielle gewisse blunder ich weiß es ist aber nicht ganz genau wie gesagt ich packe euch den link in der infobox rein ich habe mir jetzt auch extra die preise nicht rausgeschrieben also da sollt oder ihr könnt ihr mir mal schreiben wie ihr das gerne mal beim nächsten mal haben möchte ob ich die dann trotzdem sagen soll ob jeder noch mal erfunden und dann den euro umrechnen soll oder einfach euch den euro preis also wenn ich daran denke werde ich euch den euro preis werde ich das kurz aufführen weil bei den wenigen produkten kann man das ja und da schreibe ich euch den preis dabei ich glaube das werde ich bei der goodie box auch so machen genau so ruhig mir das raus pack euch aber trotzdem noch mal den link rein 30 ml finde ich kann man gut ausprobieren finde ich ist ein gutes produkt auch made in uk natürlich die box kommt ja auch aus england so sieht das produkt aus das finde ich sehr sehr spannend ja falls sie mit einem der von dem produkt noch schon mal erfahren habt bitte tell me natürlich darf in so einer sommerlichen box auch ja darf eigentlich in sonnenschutz nicht fehlen nur den haben wir jetzt hier auch sogar von pola sehe ich hier gerade ein sand eine sun lotion 50 plus uv hv b ja finde ich total super sag ich euch mal das produkt so sieht das produkt aus ja lichtschutzfaktor 50 plus das ist sowieso ganz gut gerade jetzt für die sommermonate ist es wirklich immer am besten man soll ja immer so und so viel gramm irgendwie so ein es so ein teelöffel voll auf dem gesicht haben ganz realistisch ist das ja auch nicht unbedingt dass man so viel drauf macht aber bei 50 plus kann man wenigstens wirklich auch ja davon sprechen dass man fünf dinge sonnenschutz auch drauf haben den man natürlich ich habe hier überall haare den man natürlich auch zwischendurch wieder auftragen kann und nochmal ja dann erneuern kann polar habe ich auch ich habe nach creme hier von polar das ist diese hier die finde ich auch schon super muss ich ehrlich sagen die benutze ich auch ab und zu mal da bin ich super gespannt und so ein creme kommen immer gebrauchen ich habe gerade hier so eine karte entdeckt von look fantastic unterschied dass sie also bald wieder eine print version auch in die box wieder reinpacken werden also ein mal richtiges magazin wird auch bald wieder hier erfolgen ich meine aber das kann man alles online sehen ich suche für euch das raus und schreibe ich die preise auch rein und dann kommen wir jetzt auch zum letzten produkt hier in der box das ist eine maske eine tuchmaske aroma blend multa mesk ist tätigen blend habe ich noch nie was von gehört das ist dieses schätzelein dabei da bräuchte noch nicht mal eine hand drum zu machen das ist so riesig dass die verpackung ich finde ich sehe heute ich gut aus meine güte ja das ist also eine maske die man hier raus holt dann hat man die 10 bis 20 minuten auf dem gesicht und dann lässt man dann auch das serum auf dem gesicht habe ich letztens bei jemanden gesehen die hatte das sofort mit dem handtuch runter genommen ich kann euch nur empfehlen wenn ihr so eine tuchmaske verwendet dann lasst das serum drauf nimmt die ab zerknüttelt die so ein bisschen und geht dann noch mal so über die haut drüber wird und lasst wirklich das serum richtig gut einwirken flower water ist da drin das ist sehr gut ich hatte auch noch eine andere da sind die auch flower water drin das ist richtig richtig gut also da bin ich wirklich mal gespannt shang pre spa care system steht da noch ich weiß jetzt nicht wie die firma heißt ob die so heißt also ich zeig sie euch hier nochmal dann könnt ihr euch noch ein screenshot von machen versteckt mein gesicht ja ich freue mich da auf jeden fall eine maske da freue ich mich immer drauf und probiere ich auch gerne aus so leute das war das unboxing von der look fantastic box ich hoffe es hat euch spaß gemacht hier könnt ihr übrigens die modi abonnieren hier habt ihr ein video ich habe ein video hier die playlist entweder eins von beiden und natürlich darum nach oben nicht vergessen ich hoffe es hat euch spaß gemacht und wir sehen uns bis dann tschüss